Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Seminars zum Thema über das Involviertsein zur Philosophie der Immersion. Mein Name ist Tom Poljanczek, ich bin Assistent am Lehrstuhl für theoretische Philosophie für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ich habe heute und dieses Semester über das Vergnügen, Sie durch dieses Seminar zu begleiten. Das, wie Sie ja wahrscheinlich inzwischen mitbekommen haben, wenn Sie sich nicht ohnehin die ganze Zeit zu Hause verbarrikadieren und keine Nachrichten konsumieren, unter etwas ungewöhnlichen Bedingungen stattfinden wird. Ich wollte auch direkt, bevor ich auf ein paar inhaltliche Aspekte zu sprechen komme, ein paar Sachen darüber sagen, wie das Seminar dieses Semesters stattfinden soll. Sie haben ja wahrscheinlich inzwischen schon einige Erfahrungen sammeln können mit unterschiedlichen Arten und Weisen, wie man so ein virtuelles Seminar veranstaltet. Ich hatte mir grundsätzlich überlegt, nicht den Versuch zu unternehmen, quasi das, was wir normalerweise aus der Präsenzlehre kennen, einfach ins Virtuelle zu übersetzen, sondern stattdessen das Seminar vor allem in nicht-synchroner Interaktion zu gestalten. Konkret heißt das, dass ich mir überlegt habe, Ihnen jede Woche drei unterschiedliche Dinge zur Verfügung zu stellen. Das eine ist, wie Sie das auch gewohnt sind, ein Text, der die Grundlage der jeweiligen Seminareinheit jede Woche bilden soll. Und diesen Text finden Sie dann auch, ich glaube, es sind auch alle Texte schon hochgeladen, unter StudIP unter dem Reiter Dateien. Zu diesem Text gibt es dann jeweils auch von mir für Sie eine kleine Aufgabe, die Sie dann jede Woche bearbeiten. Und diese Aufgabe habe ich jeweils auch auf StudIP unter DoIT notiert. Da finden Sie die. Wenn Sie die nicht finden, dann schreiben Sie mir einfach nochmal eine E-Mail. Das sind relativ einfache Fragen zu den jeweiligen Texten, Verständnisfragen und Fragen, die die Argumentation oder bestimmte Begriffe im Text betreffen. Genau, und die sind für Sie jede Woche einfach zur Bearbeitung. Die Idee ist hier grundsätzlich, dass diese kleine Aufgabe dasjenige ersetzen soll, was wir normalerweise in der Diskussion im Seminar gemeinsam machen. Normalerweise, wenn Sie die Texte zu Hause gelesen haben, dann kommen Sie ins Seminar und tragen im Idealfall etwas zur Diskussion bei. Und weil wir das nun nicht in dieser Weise haben, dieses Semester, habe ich mir gedacht, Sie bearbeiten diese kleinen Aufgaben und bekommen dann von mir jeweils Feedback. Das ist dann auch der dritte Punkt, sozusagen jeweils zu den Texten und zu den kleinen Aufgaben gibt es dann zusätzlich noch von mir ein Video wie dieses hier. Und das werde ich versuchen, sofern ich das hinbekomme, Ihnen das jeweils bis zur ursprünglich angedachten Seminarzeit zur Verfügung zu stellen, sodass, wenn Sie Ihren Semesterplan bereits gemacht haben, die Zeit, die normalerweise auch für das Seminar gedacht wäre, auch in Ihrem Zeitplan quasi zur Konsumtion, also zum Anschauen dieses Videos zur Verfügung steht. In diesen Videos möchte ich dann jeweils inhaltlich einmal die jeweils letzte Sitzung nachbereiten und dabei dann auch auf Ihre Abgaben eingehen. Nicht auf alle jedes Mal, das würde wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig werden, also sowohl für mich als auch für Sie, sondern ich werde exemplarisch ein paar dieser Abgaben auswählen und Ihnen zu denen Feedback geben. Das kann sein, weil ich das Gefühl habe, hier ist etwas auf interessante Weise missverstanden worden, die es sich lohnt, irgendwie gemeinsam nochmal zu diskutieren oder zumindest nochmal hervorzuheben. Andererseits kann es aber auch sein, wenn besonders gute Antworten oder so da sind, dass ich die dann einfach nur nochmal zeigen will. Machen Sie sich da in Bezug auf die Abgaben keine Sorgen. Also ich werde das Feedback jeweils in dem Video zumindest anonymisiert gestalten, sodass Sie dann nicht sich irgendwie an den Pranger gestellt fühlen oder so. Das ist auch gar nicht die Idee, sondern die Idee ist, indem ich Ihnen dazu Feedback gebe, Ihnen auch zu ermöglichen, selber besser zu werden in der Art und Weise, wie Sie dann auch die Abgaben schreiben und so. Das ist also das, was Sie jede Woche von mir erhalten. Ich andererseits erhalte jede Woche von Ihnen, ich habe es ja auch schon angedeutet, jeweils eine Bearbeitung der kleinen Aufgabe. Und die Idee ist, dass Sie die jeweils bis Sonntag um 16 Uhr vor der entsprechenden Einheit, also vor der entsprechenden Seminareinheit, zu dem Text abgeben. Und diese Abgabe soll etwa zwischen 150 und 200 Wörtern sein. Das ist so etwa eine Drittel bis eine halbe Seite, also nicht so besonders viel. Und Sie können diese Aufgaben auch zu zweit oder zu dritt bearbeiten und jeweils gemeinsam dann einen Text abgeben. Wenn Sie das tun, dann würde ich Sie darum bitten, jeweils die Namen der Beteiligten auf diesen Abgaben dann auch zu notieren, sodass ich das dann entsprechend zuordnen kann, wenn ich am Ende des Seminars schaue, sozusagen, wer zugelassen werden kann zur Prüfungsleistung. Wozu ich Sie auch motivieren würde, ist Verständnisfragen in Bezug auf den Text innerhalb dieser Abgaben zu formulieren. Da wir ja keine synchrone Interaktion haben, Sie also nicht so direkt Fragen stellen können, wie man das in der Seminar-Diskussion tun kann, wäre es schön für mich, genauer zu wissen, und das können Sie eben auch in den Abgaben tun, was Sie eigentlich nicht verstanden haben an den Texten, das heißt, welche Begriffe Sie möglicherweise nicht kennen oder welche Formulierungen für Sie irritierend waren. Sie können da auch einfach entsprechende Sätze, die sich Ihnen nicht erschlossen haben, entweder aufgrund dessen, dass Sie zu kompliziert formuliert waren oder weil irgendwelche Worte darin waren, die Ihnen nicht geläufig sind oder irgendwie so, dass Sie mir das nochmal formulieren und ich dann entsprechend darauf eingehen kann, in dem Video, das ich Ihnen dann zur Verfügung stelle. Genau. Was ich mir zudem überlegt hatte, ist, dass wir alle zwei Wochen, weil ganz auf Live-Interaktion wollte ich dann doch nicht verzichten, weil ich das Gefühl habe, dass das auch ein bisschen die Beteiligtheit am Seminar stärkt. Wenn man das Gefühl hat, man interagiert tatsächlich mit einer lebenden Person, wenn Sie hier nur so Videos bekommen und so formulierte Aufgaben, dann kann sich das manchmal ein bisschen anonym und distanziert anfühlen. Deswegen wollte ich Ihnen doch noch ermöglichen, dass wir auch in die Echtzeitinteraktion gehen. Und zwar wollte ich jeweils, und zwar voraussichtlich freitags von 15 Uhr bis 15.45 Uhr, eine virtuelle Live-Sitzung durchführen, in der wir dann über die Texte diskutieren und Sie auch inhaltliche Fragen zu den Seminareinheiten stellen können. Wir werden das nicht ganz wild machen. Ich werde jeweils so etwas wie Diskussionsfragen Ihnen im Vorhinein auch schon zuschicken, so dass Sie sich damit auseinandersetzen können und eventuell auch selbst Statements vorbereiten. Und bisher ist die Idee, das als YouTube-Livestream mit Chat durchzuführen. Dann kommen Sie auch nicht in die Verlegenheit, Ihr eigenes Video entweder freizuschalten oder nicht freizuschalten und müssen sich auch nicht überwinden, dann in den virtuellen Raum hinein ins Mikrofon zu sprechen, sondern können einfach Ihre Sachen formulieren, während Sie mich auf der anderen Seite live mit Ihnen interagieren sehen. Ich hoffe, dass da nicht zu unangenehme Stille entsteht und selbst wenn, dann werden wir das gut gemeinsam durchstehen. Sie werden dann auch wahrscheinlich vor allem nur meine Verlegenheit sehen, wenn Sie irgendwie nichts sagen oder nichts fragen. Aber damit werde ich zurechtkommen auf jeden Fall. Ich hoffe aber auf Ihre rege Beteiligung natürlich. Was Studierende ja auch immer besonders interessiert, sind die Prüfungsleistungsbedingungen. Und ich hatte Ihnen im Vorhinein ja schon eine E-Mail geschrieben, wo ich zwischen kleiner Leistung und großer Leistung unterschieden habe. In Bezug auf diese E-Mail muss ich mich noch einmal bei Ihnen entschuldigen, weil ich mich vertan hatte. Ich lese Ihnen jetzt einfach die neuen oder die aktuellen oder die wahren Prüfungsleistungsbedingungen vor. Und wenn Sie dann noch irgendwelche Rückfragen haben oder verwirrt sind, weil sozusagen zwischen dieser E-Mail und dem, was ich Ihnen heute präsentiere, ein kleiner Unterschied besteht, dann kommen Sie einfach gerne nochmal auf mich zu. Am besten per E-Mail. Genau. Die Bedingungen für eine kleine Leistung sind einerseits die Bearbeitung von mindestens neun von zwölf der kleinen Aufgaben, die ich Ihnen jede Woche stelle und zudem dann die Anfertigung eines Kurzreferats. Und dieses Kurzreferat soll eine Länge zwischen sieben und zehn Minuten haben. Ich bin Ihnen da nicht böse, wenn Sie nur sechs Minuten brauchen, wenn Sie dann alles prägnant und raffiniert auf den Punkt gebracht haben. Sie können auch mal zwölf Minuten brauchen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber irgendwo so in dieser Zeitspanne von sieben bis zehn Minuten sollte Ihr Kurzreferat dann doch am Ende landen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie das bevorzugt im Video- oder im Audioformat mit einem zugehörigen Handout machen. Ich glaube, das kann eine relativ gute Übung sein, auch für Sie so ein Video oder Audio aufzunehmen. Es ist gar keine so ganz immer nur angenehme Erfahrung, die man machen kann, wenn man so ein Live-Video aufzeichnet und sich das dann auch nochmal anschaut und so. Aber ich glaube, ein bisschen Übung darin zu bekommen, in dieser Art und Weise zu sprechen und auch sich selbst nochmal beim Sprechen zu beobachten und möglicherweise zu sehen, welche Worte man immer wieder gebraucht oder welche Arten und Weisen man hat zu sprechen, die man möglicherweise optimieren kann oder so. Es scheint mir auch eine sehr gute Übung zu sein. Wichtig ist auch, dass Sie ein Handout erstellen. Das werden Sie wahrscheinlich aus anderen Seminaren auch schon kennen. Da schreiben Sie dann einfach auch Stichworte und prägnante Zitate mit hinein, so wie Sie das gewohnt sind. Das heißt, das Handout soll kein ausgeschriebener Fließtext sein, sondern sowas wie Bullet Points. Und bitte auch, wenn Sie sich auf den jeweiligen Text beziehen, führen Sie auch die Zitate konkret an und zitieren Sie die auch nach den entsprechenden Vorgaben, die Ihnen auch aus anderen Zusammenhängen schon vertraut sein sollten. Falls Ihnen nun aber die Anfertigung eines solchen Videos oder Audios nicht möglich sein sollte, dann können Sie notfalls auch einen Referatstext im Umfang von etwa drei Seiten und ebenfalls mit zusätzlichem Handout dann abgeben. Die Idee wäre hier tatsächlich, also wenn Sie das aus technischen Gründen oder weil Sie irgendwie gar nicht das Gefühl haben, Sie könnten so ein Video aufnehmen, durchführen wollen, weil Ihnen das unangenehm ist, dass Sie tatsächlich einen Referatstext schreiben, so wie Sie normalerweise ein Referat vortragen würden. Das heißt, da müssen Sie jetzt keine Äs oder sowas mit reinschreiben, aber der Text soll in so einem verbalen Gesprächsstil eher geschrieben sein, wie normalerweise auch ein Referat gehalten werden würde. Und dazu fertigen Sie dann jeweils auch ein Handout an. Bitte reichen Sie dann jeweils diese Referate bis Sonntag 24 Uhr in StudIP unter Dateien, Abgabe, Referate ein. Ich glaube, Sie können da direkt jetzt auch schon Texte und Dateien hochladen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das heißt, wenn Sie feststellen sollten, dass Sie nicht in der Lage sind, unter Abgabe, Referate eigene Dateien hochzuladen, dann kommen Sie bitte nochmal auf mich zu. Falls es sich um größere Videodateien handelt oder so, dann können Sie das auch per Download-Link einfach schicken. Ich glaube, genau. Dann kommen wir noch sozusagen zur sogenannten großen Leistung. Die große Leistung ist normalerweise auch, genauso wie die kleine Leistung, ein Teil der Gesamtleistung innerhalb eines Moduls. Und die große Leistung ist normalerweise diejenige, für die Sie dann 9 Credit Points bekommen, wenn ich da richtig informiert bin. Und die große Leistung, wenn Sie die ablegen wollen, dann müssen Sie zunächst mal die kleine Leistung erfüllen, das heißt 9 von 12 dieser Abgaben und ein Referat halten und dann zusätzlich die Abgabe einer Hausarbeit oder zwei Essays von einem Gesamtumfang zwischen 12 und 15 Seiten. Das heißt, die Bedingung, nur um das nochmal zu wiederholen, die Bedingung für die große Leistung ist das Ablegen der kleinen Leistung plus Hausarbeit oder Essays. Bitte beachten Sie hier auch eigenständig die Anmeldefristen für die entsprechenden Prüfungsleistungen. Ich glaube, die finden Sie unter FlexNow, wenn ich richtig informiert bin. Ja, so viel wäre es erstmal von meiner Seite aus zu den formalen Bedingungen des Seminars. Ne, noch nicht. Es gibt noch ein paar Kommentare zu den Kurzreferaten, die hatte ich jetzt beinahe vergessen. Die eine Sache ist, dass ich Sie dazu auffordern würde, sich bis diesen Freitag um 20 Uhr im besten Fall ein Thema zu wählen, über welches Sie ein Kurzreferat innerhalb unseres Seminars halten wollen. Ich werde nachher auch noch ein paar Stichworte zumindest zum Seminarplan sagen und da Sie die Texte alle auch schon online finden, können Sie gerne da mal reinschauen und gucken, welcher Text denn für Sie am ehesten in Frage käme. Was ich auch nochmal ausdrücklich sagen wollte, ist, dass Sie sich gar keine Sorgen machen brauchen bezüglich der Qualität Ihrer Aufnahme. Also wenn Sie irgendwelche Versprecher drin haben in Ihrem Video oder auch irgendwelche grammatikalischen Fehler machen oder so, dann ist das völlig in Ordnung. Also gar kein Problem. Ich werde Ihre Referate sozusagen nicht nach ästhetischen, sondern nach inhaltlichen Kriterien bewerten. Wenn Sie irgendwie in Bezug auf andere Aspekte auch noch Feedback wollen, dann können Sie mir das gerne schreiben, dann kann ich das auch machen. Gleichzeitig brauchen Sie sich auch keine Sorgen machen in Bezug auf, ob diese Referate irgendwie öffentlich werden oder nicht. Die werden nur innerhalb unseres Seminarordners zur Verfügung stehen und dann danach, wenn Sie das wollen, auch wieder gelöscht. Ich hatte das vorhin schon gesagt, aber ich will es nur nochmal hervorheben. Also die Referate und die Handouts laden Sie dann bitte jeweils unter StudIP, unter Dateien im Ordner Abgabe-Referate hoch. Ich glaube, damit bin ich tatsächlich am Ende in Bezug auf die formalen Aspekte, die das Seminar betreffen und würde jetzt noch kurz ein paar Dinge zur inhaltlichen Einführung des Themas sagen. Das Thema des Seminars ist ja, Sie selber schon gelesen, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, über das Involviertsein zur Philosophie der Immersion. Und ich lese an der Anzahl der Teilnehmer des Seminars ab, dass offenbar ein grundsätzliches Interesse an diesem Thema besteht, obwohl auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ganz klar ist, was mit diesen Begriffen involviert sein und Immersion in philosophischen Zusammenhängen eigentlich bezeichnet ist. Deshalb wollte ich Ihnen nur ein paar Dinge noch einführend mit auf den Weg geben in Bezug auf den Begriff der Immersion selbst. Der Begriff Immersion bezeichnet eigentlich das Eintauchen von etwas, also von einem Objekt in Wasser. In physikalischen Kontexten gebraucht man diesen Begriff normalerweise. Und im übertragenen Sinne spricht man aber auch in Bezug auf das, zum Beispiel in Bezug auf das Eintauchen eines Mondes in den Schatten eines Planeten, eines Planeten, in den Schatten eines Planeten von Immersion. Der Mond taucht dann quasi in den Schatten des Planeten ein. Auch beim Erlernen einer Fremdsprache unter Muttersprachlern spricht man von Immersion, weil man dann selbst als Fremdsprachen lernende Person sozusagen immersiv, also eingetaucht ist in eine Umgebung von Muttersprachlern. Man spricht aber auch in Bezug auf Taufen, bei denen die getaufte Person vollständig untergetaucht wird von Immersion. Also es geht immer um solche Eintauchverhältnisse. Seit den 90er Jahren hat sich allerdings der Begriff der Immersion vor allem auch im Zusammenhang mit technischen Medien etabliert und bezeichnet da vor allem das technologische Versprechen, dass Menschen mithilfe medialer Apparate ganz in virtuelle Welten einzutauchen, eintauchen könnten, sodass die Erfahrung dieser Welt nicht mehr grundsätzlich von der Alltagsrealität zu unterscheiden wäre. Also exemplarisch kann man das ablesen an solchen Phänomenen wie der Virtual Reality, wo meistens über sogenannte Mounted Displays heutzutage, die man auf dem Kopf trägt, die Illusion einer Umgebung erzeugt wird, meistens irgendwie einer dreidimensionalen Umgebung, innerhalb derer sich das Subjekt dann wiederzufinden glaubt. Und die Hoffnung, die man damit verbunden hat, war natürlich, und die Hoffnung besteht ja bis heute, dass man es irgendwann schaffen könnte, eine Art von technologischer Umgebung zu bauen, die dem Subjekt vorgaukelt, in einer bestimmten Situation realerweise zu sein und dass diese Erfahrung dann tatsächlich nicht mehr von dem zu unterscheiden wäre, was man im Alltag so als Realität um sich herum erlebt, in die man sich für gewöhnlich auch in gewisser Weise eingetaucht fühlt. Man findet sich zumindest immer irgendwie inmitten der Realität, die um einen herum sich befindet. Und die Idee wäre, im Idealfall könnte man möglicherweise mithilfe technologischer Medien so eine Erfahrung auch künstlich erzeugen, dann hätte man gewissermaßen das, was im platonischen Höhlengleichnis nur gleichnishaft sozusagen angedacht ist, auch in Wirklichkeit realisiert. Statt die platonische Höhle, in der dann irgendwelche Schattenbilder sozusagen als die eigentliche Wirklichkeit erscheinen, hätte man dann ebenfalls eine technologisch fingierte Wirklichkeit, in der man sich dann befindet, mit virtuellen Objekten und so, die man dann im Grenzfall, wenn man zum Beispiel nicht wüsste, dass man eigentlich in so einer Simulation sich befindet, als die eigentliche Wirklichkeit wahrnehmen würde. Daher, so von diesen Kontexten her, besitzt der Begriff der Immersion auch heute vor allem seine Bedeutung. Das heißt, wenn wir über Immersion sprechen oder wenn über Immersion gesprochen wird, dann häufig im Zusammenhang entweder mit bestimmten Medienkunstwerken oder eben auch im Zusammenhang mit Computerspielen oder anderen technologisch erzeugten künstlichen Wirklichkeiten, in denen sich Subjekte wiederfinden. Es gibt aber auch, und das werden wir im Laufe des Seminars auch sehen, eine Kritik an so einem technologisch eingeschränkten Begriff der Immersion, und zwar von Seiten der Ästhetik her. Man kann, wenn man sich diese grundsätzliche Vorstellung noch einmal vor Augen führt, Immersion würde bezeichnen, dass man sich in einer virtuellen Umgebung wiederfindet, in die man sich hineinversetzt fühlt, relativ schnell auf die Idee kommen, dass das doch auch dasjenige ist, was uns häufig zumindest oder auf den ersten Blick Fiktionen zu versprechen scheinen. Das können Romane sein, aber auch Filme oder sowas. Sodass auch in Bezug auf unser Erleben von Fiktionen sich in einem bestimmten Sinne von Immersion sprechen lässt. Und zwar in welchem Sinne? In dem Sinne, dass wir dabei häufig mit unserer Aufmerksamkeit uns doch ganz in die fiktiven Welten hineinversetzt fühlen oder in diese fiktiven Welten einzutauchen scheinen. Sie können da denken an intensive Kinoerlebnisse, wenn Sie solche Erfahrungen schon mal gemacht haben. Wenn man zum Beispiel in einem dreistündigen, intensiven David-Lynch-Film sitzt oder so im Kino und danach wieder in die Realität hinaustritt, dann kann man manchmal die Erfahrung machen, und dass man wie so die Wirklichkeit, die man davor noch sehr, sehr intensiv um sich herum erlebt hat, so wie abschütteln muss und wieder in die wirkliche oder gewöhnliche Wirklichkeit erstmal zurückfinden muss, sozusagen mit seiner Aufmerksamkeit oder mit seinem mentalen Mindset. Dasselbe kann einem allerdings auch passieren, könnte man zumindest überlegen, ob das überhaupt dasselbe Phänomen ist oder nicht. Wenn man sehr intensiv Musik hört, das ist bei einem Konzert oder so, aber auch bei Lektüreerlebnissen, wenn Sie sehr vertieft sind in ein Buch und die Welt um sich herum vergessen, wie wir ja so schön sagen, dann scheinen Sie ganz eingetaucht zu sein in diese virtuellen, fiktiven Erlebniswelten. Und auch in diesem Zusammenhang scheint es angebracht oder angemessen, zumindest auf den ersten Blick, von so etwas wie Immersion zu sprechen. Mich tatsächlich interessiert, sozusagen von diesen ästhetischen und technologischen Phänomenen ausgehend, Immersion vor allem auch als ein anthropologisches Phänomen. Anthropos ist einfach der Mensch und Anthropologie ist dann die Lehre vom Menschen. Immersion als anthropologisches Phänomen heißt dann einfach Immersion als ein Phänomen, das den Menschen in der Art und Weise, wie er spezifisch ist, betrifft. Und da scheint mir Immersion nicht nur in Bezug auf das Erleben virtueller und fiktionaler Welten eben ein interessantes Phänomen zu sein, sondern auch in Bezug auf unser alltägliches Leben in der Welt. Was meine ich genau darunter? Das sollte im Laufe des Seminars, glaube ich, auch noch deutlicher werden. Aber wir finden uns auch in unserem Alltag immerzu mental mehr oder weniger in bestimmte Situationen sozusagen immersiv involviert. Wenn es nicht gar zu tautologisch ist, von immersiver Involvierung zu sprechen, nehmen Sie da zum Beispiel sowas wie ein intensives Gespräch mit einer Person, wo man dann auch sagt, man vergisst die Zeit oder so. Oder wenn man auf einer Party ist oder sowas, dann kann man auch manchmal diese Erfahrung machen von, es entsteht eine Art von Eigenwirklichkeit, in der man das Gefühl hat, sich aufzuhalten, in die man eintauchen kann, in der man eine Weile lang verweilt, um dann wieder aus der Situation aufzutauchen und in eine andere Situation hineinzukommen. Genauso kennen wir aber auch das Negativ von Immersionserfahrung in Bezug auf den Alltag. Was könnte da ein Beispiel sein? Nehmen Sie an, Sie erwachen aus einem sehr intensiven und vielleicht etwas dunklen Traum, einen Albtraum und werden wach und haben das Gefühl, noch gar nicht so wirklich in der wirklichen Wirklichkeit angekommen zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie solche Erfahrungen schon gemacht haben, aber die Erfahrung, die man da machen kann, ist auch so ähnlich wie beim Kinofilm. Man muss sozusagen die Wirklichkeit des Traums, die bis gerade eben noch so intensiv um einen herum war, wie abschütteln oder die muss langsam erst wieder wegdämmern, damit man sich in der Wirklichkeit, die die eigentliche Wirklichkeit zu sein scheint, wiederfindet. Dasselbe kann einem passieren, wenn man irgendwie schwere Schicksalsschläge hat oder so, wenn beispielsweise eine nahverwandte Person gestorben ist oder so und man geht zur Arbeit, so wie man es gewohnt ist, dass man Erfahrungen machen kann wie ich bin gar nicht wirklich hier. Ich bin gar nicht wirklich immersiv in dieser Situation, in der ich normalerweise bin. Das sind so etwas wie Negativphänomene, an denen Immersion scheitert oder Immersion in einer Situation nicht möglich zu sein scheint. Und das wäre sozusagen der weite Spielraum dessen, was man unter Immersion als einem anthropologischen Phänomen fassen kann. Und mich interessiert tatsächlich oder uns auch in der Seminardiskussion, was eigentlich der Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Dimensionen des Immersionsphänomens eigentlich ist. Also basiert die Ähnlichkeit dieser unterschiedlichen Beispiele einfach darauf, dass man den Begriff der Immersion so metaphorisch gebraucht. Also handelt es sich hier tatsächlich jeweils überhaupt um dasselbe Phänomen oder müssen wir hier sehr viele unterschiedliche Phänomene voneinander unterscheiden? Möglicherweise ist Immersion ja auch so ein Begriff, den man so aufklastern kann. Vielleicht gibt es unterschiedliche Aspekte der Immersion, die sich voneinander unterscheiden lassen, die sich dann in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich stark ausgeprägt finden. Aber grundsätzlich die Frage, was genau zeichnet die Immersionsfähigkeit des Menschen eigentlich aus? Also was ist das eigentlich, was den Menschen dazu fähig macht, sich in dieser Weise mental in etwas involviert zu fühlen? Ja, ich habe das Ihnen hier nochmal als Leitfrage des Seminars formuliert. Die Leitfrage lautet also, gibt es so etwas wie eine einheitliche Phänomenologie dieser unterschiedlichen Formen von Immersion? Also ist zum Beispiel das mentale Eintauchen in einen Roman oder in ein Spiel, das kann ein Kartenspiel oder ein Computerspiel sein oder auch ein Zeitungsartikel, ist das vergleichbar mit dem mentalen Eintauchen in ein Gespräch oder eine Situation? Oder in dieses mentale Eintauchen in die Alltagswirklichkeit, wie ich das vorhin an diesen Negativbeispielen versucht habe, deutlich zu machen. Das ist also die Leitfrage unseres Seminars. Von daraus wollte ich jetzt noch kurz auf unseren Seminarplan eingehen. Heute, das haben Sie schon festgestellt, ist die Einführung in das Seminar. Wir fangen dann in der nächsten Sitzung an mit einem Text von Kasprowicz, wird der wahrscheinlich ausgesprochen, bin ich gar nicht ganz sicher, und Breyer. Kasprowicz hat jetzt jüngst ein Buch veröffentlicht, ich glaube letztes Jahr. Das heißt, Der Körper auf Tauchstation, und das ist so eine Wissensgeschichte der Immersion. Und Timo Breyer ist ein Phänomenologe und die haben zusammen ein Zeitschriftenband herausgegeben. Und aus diesem Zeitschriftenband lesen wir die Einleitung mit dem Titel Immersion oder das Versprechen der Auflösung. Das ist ein Text, der relativ kompliziert formuliert ist und der unterschiedlichste Aspekte der ganzen, vor allem technologisch inspirierten Diskussion um das Phänomen der Immersion aufgreift und auseinanderzuhalten versucht. Dann lesen wir einen Text von Kroskens, und ob ich den richtig ausgesprochen habe. Der trägt einfach den Titel Immersion, das ist ein kurzer Aufsatz. Und in diesem Aufsatz unterscheidet Kroskens drei unterschiedliche Begriffe von Immersion voneinander und versucht die kritisch gegeneinander abzuheben und argumentiert für eine bestimmte Auffassung von Immersion. In der nächsten Sitzung lesen wir einen Text von Alison McMahon. Der heißt Immersion, Engagement and Present. Und da geht es vor allem darum, den Begriff der Immersion für die Analyse von 3D-Videospielen fruchtbar zu machen. Von da gehen wir dann über zu einer eher kunsthistorischen Perspektive auf das Phänomen der Immersion und lesen die Einleitung von Graus' Buch Virtual Art From Illusion to Immersion. Grau hat vor allem versucht, so eine Geschichte des Versuchs zu schreiben, von der Antike ausgehend glaube ich, welche unterschiedlichen Formen von Immersionsideen in der Kunsthistorie, in der Kunstgeschichte bisher schon implizit oder explizit thematisch waren. Also wie hat sich sozusagen diese Faszination für Immersion und Illusion in der Geschichte der Kunst entwickelt. Und dazu lesen wir dann noch einen sehr kurzen Text von Thon, der heißt Immersion Revisited. Varianten von Immersion im Computerspiel des 21. Jahrhunderts. Da werden Motive aufgegriffen, die in dem Text der vorhergehenden Woche auch schon mal zu greifen waren. Von da gehen wir dann über zu einem Text von Mülhoff und Schütz, der eine affekttheoretische Perspektive auf das Phänomen der Immersion entwickelt. Affekttheoretisch heißt einfach unsere Affekte, also unsere Gefühle, unser Gefühlsleben betreffende Perspektive. Das heißt, hier wird noch mal stärker in den Blick gehoben, welchen Zusammenhang Immersion eigentlich mit Gefühlen hat. von da ausgehend lesen wir dann einen Text über fiktionale Immersion von Voss und Voss ist ein relativ, es ist ein sehr präziser Text, in dem unterschiedliche Dimensionen und Aspekte von Immersionserfahrungen unterschieden werden und von da aus gehen wir dann am 9. Juni zu einem Text über das Präsenzerleben von Wirth und Hofer. Der Begriff der Präsenz oder auch des Präsenzerlebens ist in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang des Immersionsphänomens taucht er immer wieder relativ prominent auf, weil ja die Idee zu sein scheint, vor allem wenn man diesen Begriff der technologischen Immersion zugrunde legt, dass die Idee der Immersion oder das Ziel der Immersion darin besteht, dem Subjekt ein Erleben von Präsenz zu vermitteln in Bezug auf diejenige Wirklichkeit, die ihm da virtuell präsentiert wird. Und die Frage ist, wie genau funktioniert eigentlich ein solches Präsenzerleben? Auch interessant, wenn Sie an alltägliche Phänomene denken, wie heute in der Corona-Zeit ja besonders populär irgendwelche Formen von Video-Chat oder FaceTime-Kommunikation oder all sowas. Beobachten Sie sich mal aus einer phänomenologischen Perspektive dabei, inwiefern Sie bei solchen Kommunikationen in die Ferne mit Bild und mit Ton das Gefühl haben, dass die andere Person, mit der Sie da gerade kommunizieren, tatsächlich präsent ist. Also haben Sie da ein spezifisches Präsenzerleben in Bezug auf die andere Person, mit der Sie kommunizieren und wenn ja, wie genau fühlt sich das eigentlich an? Wie genau sieht das eigentlich aus? Wir wissen natürlich, die Personen, mit denen wir kommunizieren, sind irgendwie nicht zeitlich und räumlich in unserer Nähe, räumlich zumindest nicht in unserer Nähe, zeitlich schon, zeitlich befinden Sie sich im Idealfall in derselben Zeit wie wir selbst. Und die Frage ist, wie genau erleben wir eigentlich solche Formen von Interaktion? Das wird in diesem Text thematisiert und von da aus, was sozusagen ein Versuch ist, ein Panorama zu machen in Bezug auf die aktuellen unterschiedlichen Begriffe von Immersion, die in der Diskussion so kursieren, habe ich gedacht, gehen wir dann nochmal über in einen etwas weiteren Spielraum und lesen dazu zunächst mal einen Text von Humboldt. Ästhetische Versuche heißt der Band, aus dem dieser Text übernommen ist und Humboldt entwickelt da die These, dass es die Aufgabe des Kunstwerks sei schon immer, er denkt vor allem an Literatur, das Subjekt in eine Wirklichkeit zu versetzen, die nicht die alltägliche Wirklichkeit ist. Und das ist, glaube ich, relativ interessant, diesen Text vor dem Hintergrund dieser Immersionsdiskussion nochmal zu lesen. Dann lesen wir einen etwas, vielleicht auf den ersten Blick, etwas randständig anmutenden Text in unserem Zusammenhang. Da geht es um immersive Lektürepraktiken in der spätalterlichen Mystikrezeption. Wer sich dafür interessiert, ist eingeladen, dazu ein Referat zu halten. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und die letzten drei Sitzungen verbringen wir dann einerseits mit einem Text von Agnes Heller. Agnes Heller ist eine etwas in Vergessenheit geratene und also zu Unrecht in Vergessenheit geratene Philosophin, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Theorie der Emotionen und da lesen wir einen Ausschnitt mit der Überschrift Was heißt fühlen? Hellers Konzeption ist interessant und stichwortgebend auch für den Titel unseres Seminars, weil Heller versucht, Emotionen grundsätzlich als involviert sein zu definieren. Also, was heißt es, eine Emotion zu haben? Ihrer Ansicht nach bedeutet eine Emotion zu haben in etwas involviert sein und sie macht da auch so Beispiele wie morgens Zeitung lesen oder so. Wenn ich am Tisch sitze und intensiv involviert bin in den Zeitungsartikel vergesse ich sozusagen die Umgebung um mich herum und bin irgendwie involviert in das Gelesene und das scheint ein sehr interessanter Ansatz zu sein gerade in Bezug auf unser Seminarthema Immersion. Von da gehen wir dann über zu einem Text von Martin Heidegger Abschnitt aus einem Text von Martin Heidegger und zwar aus der Vorlesung Grundbegriffe der Metaphysik. Da gibt es längere Passagen in denen Heidegger so etwas wie eine Phänomenologie der Langeweile anbietet. Sie könnten sich im ersten Augenblick fragen, wieso einen Text über Langeweile lesen, wenn es doch um das Thema Immersion geht, so etwas wie intensiv mental in etwas verwickelt sein mit seiner Aufmerksamkeit oder so. Mir scheint aber, dass die Langeweile ein sehr, sehr interessantes Phänomen ist gerade in der Auseinandersetzung mit dem Thema Immersion, weil die Langeweile so etwas wie den Grenzfall oder einen möglichen Grenzfall von Immersion darstellt, sofern sie gerade darin besteht, dass man sich nicht in irgendwas involviert fühlt. Darin ist sie vielleicht der Depression ein bisschen ähnlich und mir scheint, dass man auf diese Weise, wenn man sich intensiver mit dem Phänomen der Langeweile auseinandersetzt, eine interessante Perspektive auf das entwickeln kann, was es eigentlich heißt, in etwas involviert zu sein. Genau, und abschließend und unsere Abschlussdiskussion vorbereitend, lesen wir dann noch einen Text von Csikszentmihali. Dieser Text heißt Beyond Boredom and Anxiety. Csikszentmihali ist vor allem deshalb zu relativer Popularität gelangt, weil er den Begriff des Flow in die Diskussion eingebracht hat und den Flow als eine bestimmte Form des Erlebens von bestimmten Prozessen oder Tätigkeiten versucht hat zu beschreiben. Das Ganze hat manchmal auch so etwas lebensberaterische Obertöne, an denen versuchen wir aber im Zuge unseres Seminars vorbeizuhören. Ich glaube aber, dass diese Konzeption des Flow, die Csikszentmihali uns vorschlägt, dass die auch sehr fruchtbar zu machen ist in Bezug auf diese Diskussion, was es eigentlich mit dem Phänomen der Immersion auf sich hat. Ja, so, dann bleibt mir nur für diese Sitzung bleibt mir nur mehr Ihnen die Aufgabe mit auf den Weg zu geben und zwar zu dem Text von Kasprowitz und Breyer Immersion oder das Versprechen der Auflösung. Die Aufgabe findet sich wie gesagt auch unter Stud.IP auf Stud.IP unter DoIt und besteht in drei relativ einfacheren Fragen, die Sie wie gesagt auf, was hatte ich gesagt, 150 bis 200 Wörtern in 150 bis 200 Wörtern beantworten können. Erste Frage ist, erläutern Sie, was Sie am Text nicht verstanden haben, weil der Text relativ kompliziert formuliert ist. Das heißt, wenn Ihnen besonders komplizierte Formulierungen auffallen oder Passagen oder Begriffe, die Sie gar nicht verstanden haben, dann erläutern Sie, was genau Sie da eigentlich nicht verstanden haben. Die zweite Frage ist, auf was soll Immersion den Autoren zufolge nicht reduziert werden? Der Text handelt so ein paar unterschiedliche Vorschläge zum Begriff der Immersion ab und grenzt dann jeweils ein, wieso sozusagen eine Einschränkung des Phänomens der Immersion auf diese Begriffe nicht fruchtbar wäre. Und die dritte Frage schließlich ist, was verstehen die Autoren selbst unter Immersion? Ja, das war es für diese Woche von meiner Seite. Ich freue mich auf das gemeinsame Seminar und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Falls Sie Anregungen haben, Feedback zur Durchführung der Veranstaltung oder auch sonst irgendwelche Anmerkungen, wie man die Veranstaltung optimieren könnte, dann schreiben Sie mir die einfach bitte per E-Mail. Was Sie auch nutzen können ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon freigeschaltet habe, wenn nein, dann werde ich das gleich noch machen, ist der sogenannte Blubber Chat in StudIP. Da können Sie einfach wie in so einem gewöhnlichen Chatforum oder so Anmerkungen schreiben, auf Ihre Anmerkungen reagieren und so. Falls es also irgendwelche schnell zu klärenden Fragen gibt, schreiben Sie die da einfach rein und ich werde ab und zu mal reinschauen und gucken, ob sich da irgendwelche Fragen, Anregungen oder Anmerkungen von Ihnen finden. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie gesund und vergessen Sie nicht, die Aufgaben zu bearbeiten und dann über StudIP abzugeben. Vielen Dank.